Hallo, mein Name ist Sigrid Lümbach-Strommeier und in diesem Podcast zur Intuition möchte ich euch ein paar Anregungen geben zu einem bestimmten Aspekt. Und zwar verbindet uns die Intuition auch wieder mit dem instinktiven Selbst. Das heißt, der ursprünglichen Wildheit, die in uns allen vorhanden ist und angelegt ist. Eigentlich ist die Intuition eine Sprache aus einer Zeit, wo wir noch keine Sprache hatten. Der präverbalen Zeit, eine Zeit, die wir als Kind erlebt haben, sehr früh, in der wir noch nicht sehr viel über Worte verfügten. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Clarissa Pinkola-Estee, das sehr gut beschreibt, worum es mir heute geht. Nicht nur die wilden Tiere, auch die wilden Frauen dieser Erde sind vom Aussterben bedroht. Und ich glaube, dass dieses Zitat genauso auch auf die Männer zutrifft. In unserer Gesellschaft ist die Wildheit, diese Verbundenheit mit dem Instinktiven sehr aus dem Blick geraten. Wir befinden uns meistens in einer Außenorientierung oder sind sehr stark fokussiert auf das kognitive Denken. Dabei schlummert in uns so ein Reichtum an Wissen und an Weisheit, den wir gar nicht nutzen. Und dieses Wissen brauchen wir auch, um wieder in einer anderen Form mit der Natur, mit dem Klimawandel und diesen ganzen Herausforderungen im Außen umgehen zu können. Wir brauchen auch die innere Veränderung, die Wiederanbindung an unsere Naturverbundenheit, an unsere ganzheitliche Verbundenheit mit allem, was uns umgibt. Das heißt, die Situation in der Welt heute drückt auch in gewisser Weise aus, wie es in uns aussieht. In den Zeiten, in denen noch Verbundenheit mit der inneren Weisheit und dem Instinkt da war, da wäre niemandem eingefallen, den Urwald abzuholzen, um dort Viehweiden zu installieren. Oder Pestizide einzusetzen. Man hat die Natur geachtet und gewertschätzt. Und genau das braucht es auch heute wieder. In dieser Zeit, der Zeit, wo dieses instinktive Selbst noch sehr im Vordergrund war, haben sich die Menschen auch mehr als Teil einer Gruppe verstanden. Als Teil eines größeren Ganzen. Und nicht so sehr getrennt, wie das dann in der egozentrischen Entwicklung passiert ist. Und in dieser Zeit sind auch die Weisheiten, die Botschaften weitergegeben worden über Geschichten. Diese Geschichten, diese Mythen, diese Legenden, diese Märchen, beinhalten symbolische Wahrheiten. Und eins davon habe ich euch heute mitgebracht. Clarissa Benkola ST ist ja eine Geschichtensammlerin und hat sich bemüht, genau die alten ursprünglichen Mythen auszugraben, die sich besonders mit dem Thema der weiblichen Urfrau, der wilden Frau befassen. Und dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht von ihr, die heißt Lalova, die Wolfsfrau. Es gibt eine alte Frau, die an einem verborgenen Ort lebt, den alle kennen, der aber nur wenigen Menschen zugänglich ist. Die Alte sieht wüst aus und wird oft als über- und überbehaart und ziemlich fettleibig beschrieben. Aber wer weiß, sie meidet meist die Gesellschaft der Menschen und entzieht sich ihren Blicken. Es heißt, dass sie in einer Berghöhle zwischen den Steilhängen des Tarahumara-Indianer-Reservoirs haust. Andere behaupten, sie am Rande des Highway bei El Paso gesehen zu haben. Und wieder andere, sie sei in einem verbeulten Lastwagen mit zerschossenem Rückfenster in der Nähe von Oaxaca Richtung Süden gefahren. Die Alte hat viele Namen. La Huesera, die Knochenfrau. La Tapera, die Fängerin. Aber vor allem wird sie Lalova genannt, die Wolfsfrau. Sie kriecht tief gebückt über die Ariochos, die ausgetrockneten Flussbetten und klettert über die Bergkämme. Dabei sucht sie unter jedem Strauch und Stein nach Bärenknochen, Krähenleichen, Schlangenhäuten. Aber ganz speziell sucht sie nach den Gebeinen toter Wölfe. Denn den Wölfen gilt ihre tiefste Liebe. Und wenn sie ein vollständiges Skelett zusammengetragen hat, wenn auch der letzte Rückenwirbel sich am rechten Platz befindet und das Wolfsgerippe schön säuberlich geordnet vor ihr im harten Wüstensand liegt, dann faltet sie ihre, dann lässt sie ihre faltigen Hände darüber schweben und singt. Mit erhobenen Armen steht sie über dem Wolfsgebein und lässt den Gesang ertönen, der ihr für diese Kreatur, ganz allein für diese eine eingegeben wird. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis sie eine Spur von Fleisch über den Knochen sieht, bis eine Spur von Haut und Fell das Fleisch überzieht. La Loba sinkt und die Kreatur unter ihr nimmt Zusehensgestalt an. Jetzt beginnt der Schwanz zu zucken und nun wird er buschig und peitscht den Sand schon vor Ungeduld. La Loba sinkt weiter, in Brünstig weiter, bis der Wolf zu atmen beginnt. Lauter und tiefer wird ihr Gesang, so tief, dass die Bergwände zittern. Und während sie noch so herrlich sinkt, öffnet der Wolf seine gelben Augen, springt auf und rast durch den Canyon davon. Auf und davon. Nur wer Augen hat, die das Geschöpf bis zum fernen Horizont verfolgen können, sieht, dass er sich von einem Moment zum anderen wieder verwandelt und die Gestalt einer Frau annimmt. Einer Frau, die sich laut auflachend schüttelt und hinter dem Horizont verschwindet. Deshalb sagt man, dass du Glück haben kannst, wenn du allein in der Wüste herumläufst und dir ein wenig verloren vorkommst und womöglich schon todmüde bist. Denn, wer weiß, vielleicht findet die alte Loba-Frau Gefallen an dir und zeigt dir etwas vom Leben der Seele. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Mich hat sie sehr bewegt. Die Knochen stehen ja symbolisch für die Teile der Seele. Und die Seele wird hier wieder zusammengesetzt und zu einem neuen oder ein Teil der Seele wird hier wieder zusammengesetzt und zu neuem Leben erweckt. Und die Frage an dich ist vielleicht, was spricht dich da besonders an, an dieser Geschichte? Gibt es auch etwas, was du in dir wieder beleben möchtest, was deine Psyche stärken würde? Stell dir vor, die Lalova existiert in jeder einzelnen Frau. Sie bewohnt deine Psyche und wacht über das Instinktive, das Ungezähmte in dir. Und du kannst dafür sorgen, dass es dir mehr und mehr bewusst wird. Vielleicht magst du dir diese Geschichte ab und zu einmal anhören und dich einfach mit dem Thema deiner Wildheit, deiner Lebendigkeit, deiner Lebenskraft auseinandersetzen. Vielleicht magst du in die Natur gehen und dich verbinden mit dem, was du dort fortfindest, vorfindest. Und vielleicht magst du diesen Prozess auch vertiefen, indem du in unserer Online-Coaching-Ausbildung im Januar zum Thema Intuition dabei bist, wo wir das in Aufstellungen, in Archetypenaufstellungen und kinesiologischen Balancen noch vertiefen werden. Wir sind Sigrid Lindberg-Strohmeier und Michael Haas, weil es geht natürlich auch um den männlichen Teil. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Entdecken deiner Intuition. diese Tür zu der Weisheit, die in dir wohnt, Stück für Stück zu öffnen und damit auch in einer ganz anderen Leichtigkeit und Verbundenheit durchs Leben zu gehen. Ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, bis bald.